ja passt schon war jetzt wieder zu viel glaube ich nicht so viel verlierst du halt eh nicht ich meine ich bremse ja aber meinst du wenn ich es nicht mache nee ich meine wenn du jetzt so landest wie ich sie gesagt habe nur ein bisschen von den buchstern das bringt ja nicht viel oder nicht so viel also ich meine also besser einfach vollgas schon bremse angeboten endlich hast du schon ach zwei oh nice ist irgendjemand hier gut in geografie ja ein bisschen dieses estland letland litauen ne oh gott ja es waren welches davon ist das land mit dem rotweiß mit der rotweiß roten flagge ok ich bin gerade in letland